Hallo Leute, in diesem Video finden wir heraus, ob du ein Filmliebhaber bist. Ich werde dir 10 verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Emojis zeigen. Und du musst anhand der Emojis erraten, um welchen Film es sich handelt. Für jeden Film hast du 10 Sekunden Zeit. Los geht's! Nummer 1. Um welchen Film handelt es sich? Hast du's erraten? Es ist der Hobbit. Nummer 2. Wie sieht's mit diesem Film aus? Hast du eine Idee? Es handelt sich um Star Wars. Nummer 3. Kannst du diesen Film erkennen? Es handelt sich um Charlie und die Schokoladenfabrik. Nummer 4. Kannst du dich an diesen Klassiker erinnern? Gesucht war der Film Kevin allein zu Haus. Nummer 5. Welcher Film wird gesucht? Hast du eine Idee? Es ist Ratatouille. Nummer 6. Was ist das für ein Film? Hast du's erraten? Gesucht ist Ghostbusters. Was passt das? Nummer 7. Welcher Film ist hier gesucht? Es handelt sich um Twilight. Nummer 8. Welcher Film ist es diesmal? Hast du eine Idee? Es ist der Animationsfilm Oben. Nummer 9. Was ist das für ein Film? Es ist der Märchenfilm Cinderella. Nummer 10. Kennst du auch diesen Film? Gesucht ist der Teufel trägt Prada. Das waren 10 verschiedene Filme getarnt als Emojis. Wie viele Filme konntest du erraten? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.